Musik Die Max-Eid-Schule Dreieich aus Hessen, deren Schülerinnen und Schüler den spanischen Partnern ein besonderes Gastgeschenk mitbrachten und dabei mehr als nur handwerkliches Geschick unter Beweis stellten. Gemeinsam sägten und schliffen sie eine selbsttragende Brücke, nach der Idee des großen Europäers Leonardo da Vinci. Dabei demonstrierten sie ihr fachliches Können, zeigten Durchhaltevermögen und bauten sich ein Stück weit auch die Brücke in eine Ausbildung in ihrem Wunschberuf. Musik Die Max-Eid-Schule Dreieich aus Hessen Die Max-Eid-Schule ist reale während der Spettacole Finale. Die Teilnehmer, mit ihren diversen Wunschern, durch die Musik, die Dance und die Kante, haben sie ein Zeugnis über die Abenteuerung der Diversität. Musik Musik S projektom Farmit želimo spodbuditi zaposlovanje oseb z lažjemotnem vadoševnem razvoju na kmetijah. Saj smo ugotovili, da je kmetija zelo primerno okolje za njihovo zaposlitev. Se mi zdi, da smo na ta način ugotovimo, da smo razbili tabuje, glede zaposlovanja, da smo dejansko ljudem odprli glave in jim pokazali, da v bistvu tudi to je pot. Musik Hankkeemme tavoite oli löytää uusia keinoja sosiaaliseen inkluusioon. Mietimme yksinkertaisia matalan kynnyksen toimintoja, joiden äärellä eritaustaiset ihmiset voisivat luontevasti kohdata ja kokea yhteyttä. Veimme kumppanikoulujemme nuoret muun muassa paikalliselle hevostilalle katsomaan hevosia. Ajatuksena oli, että hevosen ympärillä on luontevaa tutustua. Tallilta siirrymme viettämään iltaa paljun ja grillin ääri. Lianna Jelmstam Dan il-projeet gajem kusjenza u tolleranza bisjeh biehn li studenti ta'na. Kena tfall minn qoqs ma differenti. U tfall il-fatll istawjahdmu fil-imkien ziedet il-rispetta u tolleranza u anki il-valur li biehnitum jistawjahdun li xerxin. Lianna Jelmstam Hello, my name is Lianna Jelmstam. I'm a teacher at Sander Educational Center and we have taken part in the project promoting inclusion and motivation through peer support. This was a project in cooperation with the school in Scotland, one in Germany and one in the Netherlands. We have been working with the transition of pupils between levels in school, the inclusion of pupils in schools and people in society. Society?